Diese kleinen Hunde-Energy Balls bestehen nur aus drei Zutaten und sind im hand- und drehen gemachten Schmecken übrigens auch dir. Für die Energy Balls brauchst du nur etwas Frucht- oder Gemüsepüree sowie Erdnussbutter ohne Zucker und Haferflocken. Alle Zutaten werden gemeinsam in einen Mixer gegeben und die genaue Rezeptangabe findest du natürlich in der Beschreibung. Das wird jetzt erstmal alles ordentlich gemixt, bis eine homogene Masse entstanden ist. Und aus dieser Masse formen wir dann anschließend kleine Kugeln und am besten kann man die übrigens im Kühlschrank aufbewahren. Ich wette mit dir, dein Hund wird diese Balls lieben. Mehr leckere Rezepte und Inspiration findest du übrigens bei Hundeo.